Sind von Thomas noch Leute aktiv dabei? Ja, Gott sei Dank. Gibt es neben mir, ich bin noch aktiv mit dabei. Ist mein Bruder noch mit dabei, der Freddy. Das ist der Burkhner Seppi mit dabei, der Hiko. Und es ist der Walter mit dabei, als aktiver Musiker. Und es ist die Karina mit dabei, als Margetin darin. Und es freut uns, dass wir noch einen kleinen Teil zumindest von Thomas wiederfinden. So, 1979. Freddy, wie alt warst du da? Äh, 14. Und du, Hiko, wie alt warst du? 17. Wie alt warst du damals? 14. Und was hast du gespielt? Gerne Drogen. Gerne Drogen. 79 war ich 10 Jahre alt. Okay, das heißt, du warst damals bei dem Auftritt der Jüngste. Das sagt ja der Heinz Pondratz. Genau, ja. Was warst du? Was hast du damals für ein Instrument gespielt, Hiko? Das kann ich nicht so machen, aber ich glaube, ich habe da schon bald Ballett umspielt. Was hast du gespielt? Garinetten. Du hast Garinetten gespielt? Ja. Ja.